Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unser Google-Konto von einem anderen Gerät gezielt abmelden können. Das Ganze funktioniert genauso übrigens auch mit unserer Gmail-Adresse. Sprich, wenn wir wissen, dass eine andere Person auf einem anderen Gerät in unser Konto eingeloggt ist, dann können wir diese Person eben ganz einfach ausloggen bzw. das Gerät eben von unserem Konto entfernen. Dafür öffnen wir als erstes mal irgendeinen Browser. Es spielt übrigens überhaupt keine Rolle, auf welchem Gerät wir das machen, genauso wenig, wie welchen Browser wir dafür genau benutzen. Und hier suchen wir dann einfach mal nach unserem Google-Konto. Den Link dazu lasse ich euch ansonsten natürlich auch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung. Hier gehen wir dann auf die offizielle Website von Google und loggen uns dann logischerweise einmal in unser Konto ein. Hier haben wir dann links an der Seite den Punkt Sicherheit. Auch da klicken wir einmal drauf. Da müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen runterscrollen. Und dann haben wir hier schon den Punkt Meine Geräte. Hier klicken wir dann einmal auf die Option Alle Geräte verwalten. Und dann haben wir hier in meinem Fall jetzt einmal den PC. Das ist natürlich der PC, den ich gerade auch für dieses Video benutze. Und dann haben wir hier unten noch mein Handy. Und für dieses Video werde ich das jetzt einfach mal aus meinem Google-Konto ausloggen. Das Ganze gilt dann eben für alle Google-Dienste. Also natürlich einmal für Google selber. Aber beispielsweise auch für Gmail, für YouTube und so weiter und so fort. Dementsprechend klicken wir hier einfach einmal auf den Pfeil. Und dann haben wir hier schon die Option Abmelden. Ansonsten könnte ich dieses Gerät beispielsweise dann hier auch ganz gezählt suchen. Oder hier steht dann auch nochmal nicht bekannt. Es gibt hier also wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich klicke jetzt aber einmal auf Abmelden. Das Ganze müssen wir dann hier nochmal bestätigen. Was ihr dann jetzt aber unbedingt noch machen solltet, zumindest falls ihr wirklich den Verdacht habt, dass eine fremde Person sich eben in euer Google-Konto eingeloggt hat, ist, dass ihr einmal zurückgeht und euer Passwort ändert. Ihr habt damit zwar nämlich erstmal vorläufig dieses Gerät von eurem Google-Konto entfernt. Allerdings kann es natürlich trotzdem gut sein, dass diese Person immer noch eure Anmeldedaten weiß, sprich eure E-Mail-Adresse und euer Passwort. Die Person kann sich also mit anderen Worten einfach wieder in euer Konto einloggen. Und dementsprechend sollten wir dann auf jeden Fall einmal unser Passwort ändern. Wir klicken also hier auf Sicherheit und haben dann hier das Passwort. Und hier können wir einfach einmal draufklicken und unser Passwort dann ändern. In meinem Fall muss ich erst nochmal mein aktuelles Passwort eingeben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben gerade ein Gerät von meinem Konto eben entfernt habe. Und an dem ich mein Passwort dann eingegeben habe, kann ich dann ganz einfach mein Passwort hier bei Google ändern. Wie gesagt, das solltet ihr dann auf jeden Fall machen. Wenn ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.